Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins, beziehungsweise FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bist du ready? Ach, ich bin noch ein Ultimate Team. Ich wollte gerade anfangen, Digga. Das war's für's Video. Das war's für's Video. Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge des FIFA 17 El Clasico Manager Duels mit mir und natürlich mit Jens. Yo, servus Jungs und servus Dennis an der Stelle. Grüß an der Stelle und jetzt meinst du noch zu mir vor der Aufnahme, dass er das nicht machen würde. War das aber nicht so. Geil, Digga, geil. Ja, Timer läuft auf jeden Fall schon 20 Sekunden, Zeit verschwendet, aber egal. Ich muss sagen, wir sind gerade schon ein wenig im Manager-Duell-Hype. Gestern erste Folge aufgenommen, wir wissen noch gar nicht, wie das Ganze angekommen ist, weil es erst aus eurer Sicht vor zwei Tagen kam und aus unserer Sicht morgen kommt. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also wir haben das Ganze jetzt aufgenommen, aber es ist noch nicht online. Deswegen, wir hoffen auf jeden Fall, dass es gut angekommen ist. Jens, hoffen wir das? Ja, Hype muss da sein. Schmeckt auf jeden Fall. Genau, schmeckt. Spieler verletzt, sieben Tage. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass du zu leise bist, aber egal. Ja, ist egal, ist egal. Ich bin eh relevant. Stimmt, die Leute gucken auch wegen mir Kappa. Genau, du bist mein Vater auf YouTube. Ich bin hier nur dein Zweitkanal. Wenn ich mal einen Play-Wart bekommen sollte, dann geht der auch an deine Adresse. Das lad ich als Einzel-Upload hoch. Ja, tolle Rückenspiegel gegen Barca in Kappa, der Hurensohn, Digga. Ach ja, stimmt. Da war, ja, war es letzte Folge. Da war, war es. Aber bist du gerade wirklich Tabellen-Neunter? Ja, bin ich wirklich. Oha, das ist jetzt nicht so. Also jetzt habe ich gerade halt ein Spiel gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dadurch... Oh, ein Spiel gewonnen, Jens. Was ist denn da los? Krass, Digga. Direkt Trainer des Monats. Ja. Also es steht gerade übrigens 1-1 für die Leute, die es interessiert. Isco, der neue Held hier bei uns. Wenn ich hier weiterkomme, das wäre... Das wäre so krank, komm. Wie krank wäre es? Torweiner-Skala von 1 bis 8657. 8657? Ah, okay, krass. Trainingsverletzung, 5 Wochen Neymar. Tschüss, kein Wochenende. Ja, eh wieder gelogen. Nein, jetzt echt. Mit dem ersten Part mit 8 Jahren oder was ist es so. Ja, es wird so hart ein Elfmeter schießen. Hä? So, als 1 gegen 0 aus 2. Ja, Messi verschießt ein Elfmeter. Ja, moin. Messi kann kein Elfmeter. Nein, ich glaube, wir sind raus. Wegen der Ausfiztor scheiße. Finde ich gut. Ich bin übrigens gerade Tabellenerster mit möglichen 4 Punkten Vorsprung. Betonung liegt auf dem möglichen. Ja, doch, ich. Ach so, warte mal. Ich. Ich. Nicht du. Ich. Warte mal. Ja, 1, 1. Nein. Ich bin raus. Spieler verletzt von der Nationalmannschaft. Sieben Tage Joe am Board. Hey, Mann. Deutscher Start habe ich mal. Wir reden wieder gleichzeitig. Ist gut für die Audio. Jawoll. Weißt du, was ich auch mal gelesen hatte, was eigentlich absolut witzig wäre? Und zwar, das war quasi so eine Challenge so oder einfach so fürs Video, dass wir uns beide gegenseitig muten. Oh mein Gott, das habe ich gerade als auch irgendwie gehabt. Ja, und dann du eine Folge machst und ich eine Folge machen, wir das dann einfach überein machen. Das wäre so ein Chaos, Digga. Aber ich würde dann die ganze Zeit auch so was rauszahlen wie, Dennis, bist du schwul? Und wenn du dann irgendwann so, ja, geht weiter, jetzt mach's. Ja, Jungs, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt oder nicht, ne? Ja, das wäre, glaube ich, die chaotischste Folge aller Zeiten, Mann. Das wäre bestimmt böse, wenn es sich ohne Scheiß. Ja, komm, hier, 3, 1, Mischi. Dennis, da muss ich Outer City-Dateien übereinander schneiden, das machen wir nicht. Zu viel aufhören. Boah, boah. Da hat es sich gerade gewassert. Bas an der Stelle. Okay, da kann ich mich nicht mehr retten. Real Talk. Ey, war wirklich Spaß. War Real Talk. So. Wegen Deportivo, hab ich gehört, verlieren wir einfach mal, ne? Gegen Beinhof und Leverkusen, die am Wochenende Lapshut reingeschüssen haben, gegen Gladbach. Ja, übrigens gehen auch gerade mal Grüße an Lars Palmers raus, die mich in der letzten Folge, glaube ich, ein, zwei Mal gefickt haben. Und die auch mal einen Wettschein heute gefickt haben. Grüße gehen raus an die. Ja, Coutinho mit dem Doppelpark, so muss es sein. So muss es. Ja, ich hast du Coutinho. Ich hab einen gekauft. Bruder, ich hab einen gekauft, da, äh, Ja, gehen alle Lichter aus, ey. Übrigens, entschuldige ich mich heute, falls ich noch mehr Scheiße labern sollte, als in der letzten Folge, weil ich vier Stunden geschlafen hab. So viel auf jeden Fall dazu. Nice, Junge, nice. Camera Rumble, Digga. Geiler Scheiß, Mann. War absolute Zeitverschwendung, bis halb sechs wach zu bleiben. Aber egal. Hauptsache, wie, wie hast du dann noch vier Stunden geschlafen? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Muss eigentlich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich hab heute gar keine Schule, das ist ja, ich hab heute gar keine Schule. Ja, heute und morgen. Was soll denn der Scheiß? Ja, keine Ahnung, Zeugnisferien und so. Was, Zeugnisferien sind so unnötig, Digga? Ja, pf, mich doch nicht, Alter. Leon Dosti kommt für euch was. Ja, wir führen 1-0. Coutinho ist gerade ein guter Formiker. Coutinho macht das 1-0, wir gewinnen 1-0. So läuft der ganze Haas auf jeden Fall. War mir jetzt, 1-1. Weiß. Wir haben gerade vier Punkte vor Real Madrid. Vor Halla Madrid. Wo bist du gerade in der Tabelle? In der Tabelle? Jetzt bin ich ein bisschen nach oben gerückt. Aber Griezmann vergisst das Tore schießen. Ei, 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 ei. Ja, Lewandowski schießt bei mir auch keine Tore. Der ist ja auch schlechter als Griezmann. Ah, Schnauze. Ey, Spaß. Die kann man nicht vergleichen, würde ich sagen. Real-Tor. Ja, Lewandowski ist halt auf einem ganz anderen Level. Deswegen kann man die auch gar nicht vergleichen. Wahrscheinlich. Ja, hey, wo bist du jetzt eigentlich? Welches Datum? Hä? Welches Datum? Oktober, November, ich weiß gar nicht. Ja, ich bin jetzt gerade Ende Oktober. Ich glaube, ich habe mich ganz gut aufgeholt. So, Mirandes ist der Gegner im Copa de España. Ich verliere. Ja, easy. Obwohl. Ja, Ronaldo hat Tor gemacht. Der Wichser, Digga, den ich eingetauscht habe. Copa de España gibt Ding. Gibt. Nee, nee, ich meine, es gibt Rückspiel, oder? Direkt schon in der Runde der letzten 32, oder? Ohne in der Team gespielt, oder wie? Nee, ich habe noch eins nur gewonnen. Ich glaube, wenn du gewinnst, dann ist, glaube ich, durch, Digga. Dann bist du, glaube ich, fertig. Ja, okay. Ja, nee, mal ist wieder fit, Jungs. Der wird direkt eingesetzt. Da, da gibt's, da sagst du nichts, Digga. Da gibt's nichts. Der ist nur richtig angeschlagen und humpelt da aufs Feld. Aber da muss du rennen. Ja, komm, 2-0, so muss es sein. Messi, Messi. Nee, nee, das ist mein Insider, den kannst du nicht callen. Nee, das ist der Barcelona-Fan-Insider, die immer Messi schreiben, wenn der alles zerrissen hat im Camp Nou. Nee, die schreiten eigentlich auch Messi, wenn er nichts zerreißt. Messi steht rein vom Starschi drüber. Trainingsverletzung, André-Testegen, mag André-Testegen, sieht anders aus. André-Testegen, Digga. Schau, was dein Perso drauf. Ja, komm, jetzt muss der scheiß Hilfsinn. Sorgen bezüglich Tiefe des Kaders. Uiuiui. Ui, hat ja das der Vorstand geschickt? Ja. Wenn ja, dann könnte es sein, dass sie ein Spiel einfach so verpflichten, ohne dass du es willst. Wahrscheinlich. Das haben wir auch mal bei Hamburg gesagt, in der FIFA 16 Karriere. Die haben dann einfach mal... Ja, in FIFA 16. Ja, aber das ist glaube ich nicht anders. Nein, du weißt doch, EA verbessert immer so viel im Karrieremodus über die Teile. Ja, ja, das ist unglaublich so. Alles, was da gemacht wird dran, da muss man schon den Hut ziehen. Und die Erneuerung, irgendwann kann Spieler 2 ja ausleihen, das Ding funktioniert aber überhaupt nicht. Läuft ja. Hast du brasilianische Liga mit irgendwelchen Randoms, die es gar nicht in echt gibt, die einfach nur generiert wurden. Aber Hauptsache brasilianische Liga, ne? Hauptsache die Vereine heißen so. Ey, das Video sehen, sind wir gestrikt, Digga. Nee, Digga. Kannst du nicht mehr Livestreamen und ich kann gar nicht mehr hochladen. Ja, moin. Ja, moin. Da gehst du mir auf Clipfisch. War ja wahrscheinlich auf Clipfisch. Die waren auch vor 3,4 Jahren mal im Hype. 3,4 Jahren war Clipfisch mal gut, Digga. Die waren nie im Hype. Die waren im Hype, Mann. Da haben wir noch die DSDS-Videos damals immer online. Hab ich die mal richtig gegeben, Digga. Mit, äh, äh, mit Alessio Lombardi. Äh, Pietro Lombardi. Ach ja, das war mit Absicht. Ja, Junge, Hauptsache Alessio geht's gut, Junge. Hauptsache Alessio geht's gut. Ey, wie viel Zeit haben wir noch? Wahrscheinlich fragst du jetzt schon. Na ja. Nach zwei Minuten. Oh. Sput dich mal ein bisschen, Junge. Ach, die Aufnahme vergeht ja hier wie im Flug. Ja, boah, es hängt zwei Monate verletzt, Außenbandverletzung. Kein Bock mehr auf mein Leben. Nice, Junge, gut so, gut so. Ja, der Porzellan-Nachbar, der hat gar keinen Bock mehr. Der Porzellan-Pole kommt auch wieder rein, sagst du? Ach, stimmt, stimmt. Das war ja... Oh, ja. Ah, Leon, doch, du dich einmal verletzt, Alter. Na? Barcelona verhandelt mit Arsenal über Ösenwechsel. Hast du gehört? Nee, sorry. Okay, gut. Ja, was hast du gesagt? Mein Handy hat vibriert. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Könnte gut sein. Der glaubt nicht. Ja, mein Handy stellt sich irgendwie immer automatisch auf Vibration. Ich bin halt Hauptsache immer noch siebter. Riecht mich richtig auf. Ja, siebter, Digga. Können dir. Erstmal jetzt gegen Sevilla auswärts. Doppel-Peace an der Stelle. Ja, wir verlieren 2-1 und Neymar verletzt sich. Ich haust daraus Doppel-Peace. Ja, ich muss irgendeine Catchphrase finden, weißt du? Und Neymar fällt mir einen Tag mit einer Kopfverletzung. Auch der arme Neymar hat Kopfweh. Ah, keine Aspirin-Tablette. Jetzt wird es euch wieder besser, mein Freund. Wahrscheinlich eine Aspirin-Tablette. Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Ganz ehrlich, Product Placement ist wieder da. Wir trinken mal wieder den Eistee von gestern. Den Mayfair-Eistee-Pirsich von Penny. Grüße raus an der Stelle. Ich trink Coca-Cola, wie immer. Wahrscheinlich sind die nicht an ihm interessiert. Das schmeckt überhaupt nicht, Digga. Wahrscheinlich bist du schon wieder in der Transferphase. Oh, scheiße, Digga. Ich habe mich ab so gebastelt. Wahrscheinlich bin ich mitten im November. Sorry, Digga. Da, Junge. Wahrscheinlich unfair. Unfair. Punktabzug. PC-Verteil, PC-Verteil. Wahrscheinlich PC-Verteil. Spielen wir beide auf der PS4. Der Drecks-Konsole. Richtiges Fehlinvestment gewesen, Kappa. Xbox One steht hier übrigens noch irgendwo. Ja, dahinten ist sie. Mit Marco Reus in weiß. Mit einem coolen Controller. und FIFA 17. Wird irgendwann aufgebaut werden, Jungs. Kommen auch die krasse Videos mit viel FIFA, Kappa. Nach ihm gucken. Ja, Jens, dann. Das war dann das letzte Manager-Duell. Dann mache ich mit viel FIFA-Manager-Duell. Okay, hau rein. Das war die Aufreleu. Oh, Digga. So viel Hater hat geholt. Ich glaube auch. Mit, 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 mit P-Abos. Nee, glaube ich nicht, aber trotzdem. Wahrscheinlich. Hätte ich nicht sagen sollen, Leute, nehme ich zurück. Er war ein Fehler von mir. Viel, 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 viel. Weißt du? Jo, viel, viel, wenn du das Video siehst. Grüße geht raus. Also gehen keine Grüße raus. Oder wenn du kommentiert dann so plötzlich. Ja, ne, so. Ey, was geht's mir auf? Der geht richtig ab, Alter. Der geht richtig steil. So, äh. Gerade nur Tabellen-Erster mit einem Punkt Vorsprung. Ist nicht so geil. Ja, André testigen kann man wieder. André soll mal wieder hier fit werden, Alter. Ich freue mich über Tabellen-Erster. Also würde mich freuen. Da kann doch ganz ehrlich mal mit Krücken ins Tor gehen. Ganz ehrlich. Wer der André? Ja, der André. Der André testigen. Ja, wir spielen wieder eine Unentschieden. Gar kein Bock mehr. Manager-Doll ist abgebrochen. Wegen zu wenig Erfolg. Ja, jetzt wird das Rückspiel im Copa de España. Ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Trainer-Auszeichnung erhalten habe. Die ist einfach schon jahrelang her. Nee, nee, die ist jahrelang her. Immer noch 1-1, ne? Da steht immer noch 1-1. Ja, aber jetzt kriege ich leider noch die nächste Trainer-Auszeichnung. Und dann bist du gefickt, Alter. Aber das wäre überhaupt nicht gut. Und yes, Mann. Sevilla, wer seid ihr, Mann? Ja, Mirandes, wer seid ihr? 0-0. Alles gut. Nichts gesagt. Die sind doch was. Die sind doch was. Die sind nichts. Danke für gar nichts. Danke für nichts, Jungs. Danke für nichts. So, zwei Nachrichten. Eine davon ist natürlich die Trainingsverletzung von Samuel und Titi. Wahrscheinlich spielen hier drei Suárez bei Barcelona. José Suárez, Denis Suárez, Luis Suárez. Ich glaube auch die Mehrzahl von Suárez ist Suárez. Ja, glaube ich auch. Ja, habe ich ja gesagt. Glaube ich auch. Eben. Da zeichne ich mich mal wieder mit meiner krassen Germanistik aus an der Stelle. Dem ich den Plural nochmal komplett neu erfinde und definiere. Ach na, wir labern gerade wieder so viel Scheiße. Ja, übrigens sind wir auch absolute Erbsen, fällt mir auf. Weil wir wollten irgendwelche Themen ins Video mit einbringen und nehmen dann natürlich vor auf. Sodass wir auf Twitter leider bisher noch kein Hashtag mit Hashtag Manager-Duray sehen konnten. Eine Frage oder ein Themenvorschlag. Grüße geht auf jeden Fall raus an die, die Hashtags gemacht haben. Danke für nichts, Idioten. Ne, ab der dritten Folge machen wir das heute. Ab der dritten Folge, also ihr könnt gerne auf Twitter auch da gerne folgen mit AdTheRealDGTV oder AdKombensa. Grüße an die Folge, äh, Grüße an die Leute, die die letzte Folge auf jeden Fall gesehen haben. Und, äh, ja, da könnt ihr euch mal folgen unter dem Hashtag Manager-Duray auf jeden Fall ein paar Fragen und Themenvorschläge reinschreiben. Wenn wir die nächste, äh, die letzte Folge noch nicht gesehen habt, abcheckt. Checkt die auf jeden Fall auf meinem Kanal aus und nicht auf dem Kanal von Jens. Denn, äh, meine Folgen sprühen natürlich deutlich mehr Qualität aus. Weil hier wird mit einem 180 Euro Rode-Mikrofon aufgenommen. Und Rode ist Qualität. Echt. Ja, hier, Trainer-Auszeichnung gehalten. Geil. Oh, 2-1. Nein. Nein, Spaß. War ein Prack. Fuck, ich hab nicht aufgenommen. It's a Prack. Oh, da war ich ja schon fast im Koma. Grüße geht, stopp, da geht Grüße raus. Nein, nein, nein. Grüße geht an den Dennis vor ein paar Tagen raus. Jens, komm, lass mal ein Match aufnehmen in Ultimate Team. Das habe ich gerade richtig schwul ausgesprochen. Ultimate Team. Wir nehmen eine halbe Stunde Ultimate Team auf. Am Ende kommt raus. Yo, äh, Jens. Ich hab dich aufgenommen. Ich hab dich aufgenommen. Verhext. Ja? Du bist verhext. Wir haben es gleichzeitig gesagt, du bist verhext. Ja, scheiß ich drauf. Nein. Punktabzug. Ich hab dich auch schon, da verhext. Du hast drauf geschissen. Nein. Was war das? Irgendwann im Manager kann man auf meinem Kanal nicht mehr nachgucken. Der wird nie alt. Der wird nie alt. Der wird absolut nicht alt. Jus, ich bin gerade übrigens nur noch Tabellenzweiter. Also läuft gerade, nee, nur noch Tabellenzweiter. Ich bin gerade in der Down-Fahrzeit. Da machst du Jokes über Ding. Über? Ja, genau. Genau, genau. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, 2-2 gegen Espanel. Ja, Trainer auszeichnen meine ich. Ja, Schnauze, Jens. Du bist, welcher Platz bist du gerade? Ey, Mann. Weiß ich nicht, warte. Jo, 2-2 gegen Real Stossierrad. Danke für gar nichts. Ich bin Fünfter. Geil. Wahrscheinlich hast du irgendwann mal vor 30 Minuten erwähnt, dass Ronaldo gegen dich ein Tor geschossen hat. Das heißt, du warst im E-Classico drin und ich bin jetzt erst in dem Scheiß, E-Classico. Wir sind gerade bei 14 Minuten Aufnahmezeit. Was übrigens um 16 Uhr immer läuft in der spanischen Zeit aufgrund des asiatischen Marktes, habe ich unter anderem von den Dazone-Kommentatoren erfahren. Grüße an der Stelle an Dazone. Mein zukünftiger Arbeitsplatz ist auf jeden Fall gesichert. Wir spielen 2-2. Fuck it. Kein Bock mehr. Ich wollte auch irgendwas sagen, aber ich wusste nicht, ob ich es raushauen darf. Was denn? Wegen deinem zukünftigen Arbeitsplatz. Äh, nee, nee, schon gut. Achso, wird rausgekartet bei dir, bei mir nicht. Ja, weil auf jeden Fall ins Kanal wird ein großes Wert aufgelegt. Ja, ja, ja. Das ist halt auch einfach mal wieder der Qualitätsunterschied. Ja, hier läuft gar kein Vertrag aus. Ja, duden.de, Digga. Muss hier mal wieder aufgesucht werden bei der deutschen Grammatik. Duden.de. Ja, Digga, gibt unter anderem nicht nur das dicke Buch, Digga, sondern tatsächlich auch die Seite, die vielleicht auch mal deine Titel korrigieren könnte, die nicht immer ich korrigieren muss. Ach, Mann. Da geht er wieder auf die gleiche Wunde richtig drauf. Da wird Salz reingestreut. Da wird Salz reingestreut. Ich hole Grießmann von Bayern Wunsch. Ja, Lewandowski wird eingetauscht. Kein Bock mehr auf Lewandowski. Grießmann kehrt zurück in die Niederliga. Ja, so muss es sein. Ich würde sagen, ich darf Kalender-Svonulationen machen. Bestimmt, Digga, halt dein Maul. Ja, ich gehe jetzt rein. Ich habe mir richtig das Arschloch vollgesweatet. Ja, halt dein Maul, Digga. Ja, ja, ich fange jetzt an. Ja, dann bist du gestrikt. Dann höre ich auf. Ja, wahrscheinlich bin ich gestrikt. Minuspunkte für die Aussage. Nein, Spaß. So, Legane ist 4-0 weggefickt. Wer seid ihr überhaupt? Gar keiner. Gar niemand. Gar niemand. Digga TV hat nicht mehr auf der Wunschliste. Türkei Beste. Hey, was? Emre Mo Beste. Ich wollte unbedingt Emre Mo Trainer werden. Ey, was würdest du mir jetzt geben, wenn ich Emre Mo holen würde und seinen Vertrag direkt auflösen würde? Wir haben die direkt angenommen, Digga. Neuer Talent ist da. Hast du mich gehört? Na, Vertrag auflösen von Emre Mo Beste. Ja, ja, und was? Oder du wirst Nationaltrainer und wirfst sie aus der Elf, Raul. Boah, Digga, das wäre zu hart, Digga. Das wäre skrupellos. Aber das gefällt mir. Boah, das machst du, Alter. Ich zieh durch. Kappa. Wie machst du das jetzt? Ich hab grad gedacht. Nein, mach ich nicht. Du hast doch nicht mehr so gesagt. Jungs, Emre Mo Beste, man kennt ihn. So, zack. Alcacer wird eingetauscht. Gar kein Bock mehr auf Alcacer. Gabriel Ressus ist da. Ja, Leute, ich komm mal in Emre Mo Beste, damit ich in den Titel schreiben kann. Dann schreibe ich in den Titel OMG Emre Mo Beste zum FC Barcelona. Real Talk an der Stelle. Der wird im Titel stehen, Leute. Und dann auch ein Thumbnail hoffentlich. Ein roter Kreis, ein roter Pfeil und Emre Mo Beste ein Barcelona-Trikot, falls ich das hinbekommen sollte mit meinen Photoshop-Skills. War eine Ankündigung. Was sagst du dazu? Schmeckt. Schmeckt. Ja, okay, André Ter Stegen ist wieder fit. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das spielt mir auf jeden Fall gerade in die Karten. Bist du immer noch im Januar? Ja, bin ich sogar wirklich noch. Diesmal ungelogen. Aber am Deadline-Day. Ja, ich bin am Anfang des Januars. Also ich brauchte auf jeden Fall, glaube ich, nur meine Minütchen, bis ich am Deadline-Day angekommen bin. So viel kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, wahrscheinlich wollen die hier 6,5 Millionen für Emre Mo Beste haben. Der ist zwar geil und Beste, aber nicht so viel wert. Oh, mein Knie zurück. Ah, juckt niemanden. Minuspunkt. Nee, ist okay. Ich nehme mich zurück. Nice. James Rodriguez, Transferangebot von Barcelona. Ja, da wollen sie die Konkurrenz schwächen. Ja, Manchester United will den Wandowski haben. Ich weiß gar nicht, woher Manchester United sich das ganze Geld überhaupt immer hernimmt. Ganze 20 Stürmer zu verpflichten. Kleiner Reetalk an der Stelle. Ja, Pogba, dapp da ein bisschen rum, Digga, dann ist Cash drin. Für jeden Depp 10 Millionen, sagst du? Kappa. Deswegen schießt Pogba auch so wenige Tore. 100 Millionen für Isco von Bayern verlangt. Mal gucken, ob sie es annehmen. Irgendwie, ich verkaufe gar keine Spieler bei mir. Ja, Jens, guck mal, du bist so eine Erbse. Ich habe gerade gesagt, 100 Millionen von Isco für Bayern verlangt, Digga. Siehst du, das merkst du nicht mal. Das merke nur ich. Natürlich 100 Millionen von Bayern für Isco verlangt. So rum ist es richtig. Isco ist mein Mann, Antoine Griezmann. Ja, Manchester United, moral verunsichert. Was ist denn mit dem los? Isco ist mein Mann, Antoine Griezmann. Was? Was? Ich wollte eine coolen Rappline raushören. Hat nicht so funktioniert. Ne, hat überhaupt nicht funktioniert, Digga. Für Emre Mour, Digga. Na, auch nein. Emre Mour wird geholt. Das zieht du nicht wirklich durch. Das ziehe ich durch. Künftiger Stammspieler. Ja, Emre Mour Beste ist gewohnt, Jungs. Er wird liebster Spieler sein. Ja, doch. Der wird verdienen an Real Madrid. Da wird er nie spielen. Aber egal. Aufsatzel. Äh, immer noch inakzeptabel. Scheiße. Wahrscheinlich kann ich keine Leute... Oh, Mann. Freudig. So. Nächstes Spiel ist gegen Mallorca. Gehen wir rein in das Ganze. Äh, ich meinte Las Palmas. Da, 83,5 Millionen für Isco ist natürlich nicht... Ist nicht schlecht. Aber ich will eine Hausmarke hier knacken. Und 100 Millionen werden da schon fällig. Von Bayern München für Isco. Dass ich den verkaufe. 31,5 Millionen für Gabriel Jesus. Ist eine Ablösesumme. Die finde ich jetzt nicht gerade gerechtfertigt ist. Aber man könnte da unter anderem auch die alte Sau Iniesta reinbieten. Ich verkaufe ihn dir erst dann nicht. Ich tauche ihn einfach ein. Ja, moin. Was sagst du dazu? Nice. Sollte man mich dafür steinigen? Nice. 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 Ach, der geht zu weit. Einmal zu viel. Nice. Mais. Minuspunkt. Scheiß. Reis. Eis. Was? Weißes Eis. Everyone akzeptiert, Jungs. Everyone akzeptiert. Jetzt müsste man sich so vorstellen, der Hansos macht so einen krassen Cut. Und dann kommt so plötzlich die krasse Dropmusik. Und dann so. Bam, Leute. Empermore hat das Vertragsangebot akzeptiert. Yeah. Wir machen die krasseste Neuverpflichtung des Jahrhunderts. Empermore zu Barcelona. Aus dem Flammen auf dem Thumbnail. Mit Empermore drauf. In Barcelona-Trikot. Isda. Bayern akzeptiert. Nice, Junge. Guerreiro. Geile Sache, Jungs. Der alte Stürmer, Digga, wird verpflichtet. Nice. Geil, Jungs. André von Grießmann wird geholt. Hallo, Guerreiro. Kannst du dich noch an die Aktion erinnern? Das war doch er oder wo? Sven Ulreich. Ja, der Eckpfad hat ihn einfach so weggemäht. Das juckt ihn gar nicht. Holy fuck, Alter. Der wurde komplett umgemäht. Der hat ihn auch gar nicht gejuckt. Wurde nur drei Spiele oder so gesperrt. Ich weiß auch noch, wie Guerreiro irgendwie ein Fan mit einer Flasche abgeworfen hat oder so. Der will so gerade in den Spielertunnel gehen und dann war da plötzlich ein Fan. Er hat einfach seine Flasche genommen, nachdem er rote Karte kassiert hat und dann hat er ihn einfach mit der Flasche abgeworfen. Kann man ja auch mal machen. Hat ihn gar nicht interessiert. Oh, Dennis, ich habe übrigens dich verpflichtet. Sie fällt mir gerade auf. Nein, du hast dich verpflichtet, Maria Chimenez. Übrigens, gute Besthofer an der Stelle an mich selber, weil Chimenez jetzt zwei Monate fehlt. Für Atletico ist eine schlimme Zeit, aber dafür werde ich einiges an Videos machen, Leute. Also, darauf könnt ihr euch freuen. Messi. 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 Drei Tore gegen Real. Geil. So muss es sein. So, Gries Mann akzeptiert. Geile Sache. Damit haben wir neun Stürmer, der zwar zwei Ratings weniger hat als Ziemendowski, aber hoffentlich Tore schießen wird und weiß, dass das Runde ins Viereckige gehört. So muss es sein. Ja, aber bei mir macht Gries Mann absolut keine Tore und ist anscheinend sogar verunsichert. Danke für nichts. Verunsichert. Danke für nichts. So, 70 Millionen für André Ter Stegen. Mal gucken, ob die es akzeptieren. Das ist aber der André. Das ist ein stabiler Kerl. Das ist ein stabiler Deutscher. Hier bei uns im Kasten. Zwar nicht der nächste Mal neu, aber der nächste André Ter Stegen. War grad ein bisschen komisch. Ja, ganz ehrlich, Jesus kriegt keine Angabe in seinem Vertrag. Ich weiß nicht, soll ich Iniesta eintauschen? Vor allem gegen Gabriel Jesus. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schreib es mir mal in die Kommentare. Ich glaube, ich werde am Ende eh meine Entscheidung so selber machen. Spielt Iniesta? Iniesta spielt noch in der B11. Gibt es irgendeinen, der vielleicht so da reinrücken könnte? Suarez. Dennis Suarez. Ganz ehrlich, Iniesta, du bist eingetauscht. Boah, da werden aber harte Linien gefahren. Ja, müssen wir ja auch mal langsam machen. Du hast Ronaldo eingetauscht. Ronaldo ist der beste Spieler von dem Jahr. Ja, aber ich habe ihn auch nur eingetauscht, weil sich halt direkt eins runterentwickelt hat. Ja, nee, das ist keine Ausrede. Ja, okay. Das ist keine Ausrede. Ronaldo wird verkauft, der Wichser. Oh, ey. Und Neymar spielt mit der Nummer 9. Geil. Ey. Live-Goal. 1-1 gegen Celta Vigo. Jetzt spiele ich gegen Aiba. Mal gucken, wie ich gegen Aiba spiele. Ich glaube, ich werde richtig aufs Schnauze bekommen. Ja, 2-1 gewonnen, Jungs. Aiba ist ein Random Club. Okay, also du haust jetzt hier einen Front raus, wenn du 2-1 gegen Aiba gewinnst. Ja, auswärts, auswärts, auswärts. Ja, wow. Ja, deine Fresse. Welche Ablust hast du gerade an der Tabelle? Jetzt habe ich vergessen, wer mehr geheilt wollte. Jetzt weiß ich es wieder. Erbser, Alter. Lässt sich hier von Kleinigkeiten aus der Bahn rausschieben. Ja, erst mal Sillisen. Wahrscheinlich will man Torhüter auch einfach mal von Anfang an spielen. Ja, Mann, Digga. Gute Idee. Ich glaube, du hast noch Ter Stegen und diesen Sillisen, oder? Mhm. Gut, Digga. Torwart-technisch bin ich hier weit voraus. Ah, Iniesta? Ja, nichts. Also Iniesta gegen Schlüssel zusammengetauscht. Ich bin hier weit voraus, Torwart-technisch. Wen hast du geholt? War ihr neuer Keeper. Ja, Bruder 1-1. Ja, eh ein krasses Talent, Donnarumma oder so. Ja, und noch einen heftigen. Ja, Oblak oder so. Nee. Courtois. Nee. Der Rea. Er war schon dabei. Na, Courtois. Courtois. Ja, ich spiele gegen Bayern in der Champions League. Danke für gar nichts. Ganz ehrlich, wir holen jetzt Manuel Neuer. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Manuel Neuer halt nicht so geil, weil er schon relativ alt ist. Er ist 30 und so hat er auch noch das Babyface, also let's go. Ich verliere 2-0 gegen Espanol Barcelona. Daheim. Ja, ist auch gut so. Jo. Kann abbauen gehen, Digga. Ich kann, glaube ich, gleich wirklich entlassen. Ja. Wenn ich den Manager entlasse, wäre das so heftig. Vor allem so früh. Normalerweise wirst du mal erst so gegen Ende entlassen. Wahrscheinlich gegen Ende. Welche Folge war das mit Hoffenheim damals? Ja, 3-1 gegen Real. Ja, das war irgendwie so Folge 6 oder so oder Folge 5. Warum schon, Jungs? Jungs, reißt euch jetzt euer Arschloch auf. Wahrscheinlich 5 Wochen Auswahl für Grießmann. Kein Bock mehr. Kurze Kabinenansager, die Boys. Auf geht's. Ja, Jungs, mit Manuel Neuer wird's doch nichts werden. Obwohl, ganz ehrlich, wir bieten Isco rein. Isco, Disco. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Eins, ah, heim. Ja, komm, 30 Minuten Isco sind für Manuel Neuer angeboten. So. Kein herzliches Wiedersehen für Isco. Scheiß drauf. Mal es auch noch einmal im Jahr. Nachrichten. Oh, oh, oh. Haben wir das Interesse dabei angeweckt. So. Äh, 35. Ah, kein Geld mehr. Was hast du für ein Manager-Rating? Äh, du warst 70 bestimmt. Ja, 63. Ja, moin. Gutes Rating. Is da. Warte, ich sag's dir jetzt. 78. Ja, 2-2. Ich hab seit einem Monat kein Spiel mehr gewonnen. Ja, geil. Oh. Oh, geil. Ah, geht das, geht das, geht das. Nein, nein, nein. Ey, Mann. Wir haben ja alle zwei Tage ein Spiel. Was soll der Scheiß? Können wir nicht irgendwie verkaufen? Irgendwenn, irgendwen, 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 irgendwen. Ja, können wir nicht irgendwie Marc-André verkaufen? Oh, warte, da waren da. Ich hab doch noch ein paar laufende Angebote, die ich, glaube ich, nicht akzeptiert. Da ganz echter verkaufen wir Marc-André. Oh, bitte sag, ich kann die noch annehmen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, jawohl. Tschüss, Marc-André. Du meinst André? André Tessling, tschüss. Kappa Klaus, Kappa Strauß. So. Tschüss, Mann, Olaz. Ich bin Achter. Wahrscheinlich. Du bist absolut entlassen, wenn du dich wenigstens ein Pokal gewinzt. Also ich hab, muss ich sagen, immerhin in der ersten Saison, wo ich ja scheiße war, wie fünfter wurde mit Real im Manager-Duell. Da hab ich immerhin den Pokal geholt. Ja, ich glaub, ich kann Alba, äh, Alba nicht beleidigen. Ich lag jetzt grad schon hinten. Ja, Betis, ich, ich gewinne 1-0. So muss es sein. Also ich muss sagen, bisher läuft der Hase auf jeden Fall ziemlich gut. Spieler verkauft, jo, tschüss. Ja, PB, Junge. Ah, Bayern München hat akzeptiert. Nice, ja. Weißt du, wer kommt, Digga? Ich interessier's grad nicht. Danny Manuel Neuer, der beste Keeper der Welt. Checkste? Nee. Der Neuer kommt. Ja, aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, die aktiven Zuschauer können's mal bei mir in die Kommentare schreiben, aber ich glaub, das ist so transfertechnisch das Beste, was ich jemals abgeliefert hab. Hey, welche, welche, welche aktiven Zuschauer? Alles klar. Oh, Digga, der geht wieder Zeit. Der war hart. Der war hart, nehm ich zurück. Den nimmst du eh nicht zurück. So, übrigens noch anderthalb Minuten, ne? Oh, moin. Oh, krass. Jetzt ging die Zeit wirklich im Flug vorbei. Mhm. Also, da würd ich mal sagen, fliegen wir noch schnell aus der Champions League aus. Geil, Digga. Was auch alle gehypt sind für Entlassungsbenzer. Und dann gucken wir mal. So muss es sein, so, ähm, wir, ja, komm, ganz ehrlich, wollen wir die Bayern-Verteidigung aufkaufen? Ja, komm, wir holen. Dein Team steht nachher aus komplett Bayern. Wir holen, wir holen, wir holen Hummels, so muss es sein. Das hast du, glaub ich, auch mal bei deinem Barcelona-Stats-Entwicklung gemacht, da war so Hummels, Alaba und Boateng war da eine Dreierkette und Neuer war, glaub ich, sogar der Keeper. Nein, das kann nicht sein. Mach ich jetzt auch einfach. Let's go. So, Jungs, reißt euch euer scheiß Arschloch jetzt auf, Mann. So muss es sein, so muss es sein. Ich werd hier raus. Oh, kein Interesse, ja gut. Manu Neuer ist aber auf jeden Fall geholt. Manu Neuer ist geholt, so viele, äh. So, in der Allianz Arena, los geht's. Wir werden verlieren. Oh, inakzeptabel. Wir waren doofsgefallen jetzt. Können wir da nicht irgendwie Mathieu anbieten? Grüße gehen raus an Mathieu an der Stelle. Ja, sehr gut, Zorn, Digga. Er macht ein Tor. Wahrscheinlich Sirgurtson. Wie zum Teufel spielt bei Bayern Sirgurtson. War da nicht auf der Hoffenheim? 2-1. Da freut er sich, dass er eine Runde in der CL weiterkommt. Da freut er sich so, als hätte er den Weltmeister. Der war wichtig, Digga. Der Sieg war so wichtig. Und damit ist die Folge auch vorbei, Digga. Bestes Ende EU-Wels. Ja, ich muss noch ein paar Transfers machen. Tummelans. Wahrscheinlich. Halt der Maul. Nein. Ja, ich muss noch den einen Transfers schließen. 60 Minuten sind um. Ja, jetzt kommen wir noch die eine Stunde. Da muss ich nur noch kurz auf Annehmen klicken. Scheiße. So. Sieben Stunden sind noch am Start. Süde. Zack. Der ist verpflichtet, Jungs. Der ist verpflichtet. Schöner Transfer. So, Leute. Darf ich wirklich sagen, war es auf jeden Fall für die Ulti-Camp-Folge des FIFA 17er-Klassiker-Manager-Duelts. Wenn es euch gefallen hat, gerne lasst einen Daumen nach oben. Da schaut bei Jens vorbei. Falls ihr den Idioten euch kennen solltet, checkt seinen Kanal aus. Checkt seine Folge aus. Lasst gerne ein Like da. Und ich verabschiede mich für meinen Part. und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann, haut rein und ciao. Jens, willst du noch deinen Part machen? Jens? Ja. Ja? Jo. Jo, Jungs. Das war es auf jeden Fall vom Video. Ja, Digga. Du bist so bad karma, Digga. Deswegen hustest du jetzt auch. Gott hat dich bestraft. Nein, das war von dir einfach so perfekt. Ich wollte eigentlich gar nichts mehr sagen. Ach so. Ich hätte eigentlich disconnecten müssen. Aber naja. Also. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Jungs. Ja, pipapo. Wiederholt jetzt eigentlich nur das, was ich gerade gesagt habe. Also haut rein. Oh, Alec, Digga. Holy moly. Das wird rausgekattet. Danke fürs Zuschauen. Lassen dann nach oben da. Ciao. Bleibt eine Aufnahme. Das bleibt sowas von einer Aufnahme. Das ist ja auch noch. Real Talk. Ich höre nicht auf, aufzunehmen. Ich auch nicht. Machen die Challenge. Wer zuerst beendet. Ja, man, Digga. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wuhu. Ab geht. Ich habe gewonnen. Vielen Dank.